Lass das schön bleiben, mein Freund. Dann gibst du mir meinen Eisenschat wieder. Oh! Ich überleg's mir, ich überleg's mir. Vielleicht ich heute bin ausgerutscht. Na, dann ist okay. Das cutte ich einfach raus. Ja, gerne. Okay, dann machen wir das so. Ey, der und seine Schwimmtherapie, ne? Da unten. Ja, er ist drauf reingefallen, er ist drauf reingefallen. Einen flauschigen guten Tag, bin ich euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. TTT auf dem Einsuchtpunkt.net-Server. Und liegt's an mir oder liegt's an Einsucht, dass ich gerade nicht auf den Server komme? Es lag an mir, wie immer. Ach, die beiden sind immer noch hässlich. Tschüss. Seit wann sind bei Hasen die Ohren auf der Seite, mein Lieber? Seit wann können Hasen reden? Seit wann können Televers reden? Seit lang? Seit, äh, seit drei Jahren. Ungefähr. Sogar schon fast vier Jahre. Ey, dieses Jahr wird der Kanal vier Jahre, also nicht vier Jahre. Aber seit vier Jahren mache ich dann schon YouTube. Mir ist bis heute ein Rätsel, warum ich meinen YouTube-Kanal an meinem Geburtstag gestellt habe. Oh, nee, es ist überhaupt kein Rätsel, weil ich da meinen Google-Account logischerweise erstellt habe. Weil ich da bestimmt mein Handy bekommen habe, mein erstes. Mein richtiges Handy. Und das habe ich heutzutage noch. Also werde ich ein Jahr älter, mein YouTube-Kanal älter und mein Handy auch noch älter. Boah, wie krass, krass, krass. Sowas gibt's auch nur bei mir. Ja! Ha! Woher, wo kommt das denn? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Das war meins, mein Lieber. Ja, krieg dich, das war deins. Werd nicht frech. Ich will jetzt was schön bleiben, meine Freundin. Ich überleg's mir, ich überleg's mir. Vielleicht ich heute. Only Sword. Ja, von wegen. Du, ey, also mit dir mal jedoch keine Kompromisse. Ach, komm schon, ich ratz hier gleich aus. Alarm! Erst haut er mich hier einfach so frech. Und dann will er mir hier noch Angebot machen. Also, moin, wer war das? Maddox. Ähm. Hier, kannst du ein Eisenschwert in dein Gesicht kriegen. Boah, bin ich krass, krasser Ansager. Werd jetzt Meinungsvlogger. Boah. So richtige Ansagen mache ich hier jetzt mit richtig krassen roten Kreisen. Roten Pfeilen. Und am besten dann noch auf 8 Minuten strecken. Letztes Video habe ich 15 Minuten aufgenommen. Das sollte ich eigentlich gut hinbekommen. Moment, und warum springt mein Typ hier nicht, wenn ich springen sage? Alexa, lass mein Minecraft-Skin springen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich hab gar keine Alexa, weil ich kein Geld habe. Das ist ja eine Sache. Und wer hat jetzt hier... Hä? Ist jetzt wer gestorben? Ne. Ist nun wieder Kindergarten hier. So, ich mach... Hä? Aha, Flower liegt neben einer Leiche. Hä? Ja, wer? Tut der die jetzt auch mal identifizieren? Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn er die jetzt umgebracht hätte. Das wäre lustig gewesen. Ja, was machen die denn da? Kaffeekränzchen oder was? Wie, was? Boah. Ihr seid echt solche Helden. Ihr seid solche Helden. So, Flower hat bestimmt den Innocent umgebracht. Genau, du bist festgenommen. Das ist Mord. Mein RTL! Chang! Vorsicht! Denk an unser Training! Huh? Chang! Du bist unkonzentriert, wenn du hungrig bist. Ich sein Snickers. Besser? Besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Mein RTL! Tja, ich fass nicht, ne? Bin ausgerutscht. Na, dann ist okay. Das cutte ich einfach raus. Ja, gerne. Okay, dann machen wir das so. So war ich hier nicht noch irgendjemand. Guck mal. So, entweder Luca oder Control. So, dann muss mal die TTT Gang ran. Was? Hä? Also, schwimmen kannst du später auch noch. Wo ist denn der? Der Control-Ding da, Control-HD, versteckt sich hier irgendwo. Wo ist denn der? Der hockt doch bestimmt auf dem Leuchtturm, oder? Nee, hier unten. Was macht der denn hier? Hä? Los. Okay, er ist nicht. Er ist nicht. Der andere ist, wo er ist. Luca. Luca Blaze. Jetzt bist du dran. So, jetzt machen wir aus dir Eierkuchen. Wo versteckt der sich denn jetzt? Ey, der und seine Schwimmtherapie, ne? Da unten. Ja, er ist drauf reingefallen. Er ist drauf reingefallen. Ha, so ein Loser. Hier. Nimm das. Oh, wir sind heute so krass unterwegs. Krass, 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 krass. Na, moin, Meister. Und moin, irgendeiner. Und tschüss. Mann, jedes Mal kriege ich hier fast einen Herzinfarkt. So, bringen die sich gegenseitig um. Ähm. Herausgefunden, ähm. Der da hat wen gekillt, der herausgefunden. Ich hab's genau gesehen. Du bist so ein Depp, ne? Herausgefunden. Oh, ah, ja, was denn? Über den Verlust vorhin bin ich zwar nicht so. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ne, ne, jetzt reicht's mir. Oh, was? Wer hat mich runtergekickt? Okay, Flower ist. Flower, die Verräterin. Also, hier riecht's noch nicht nach vergammelten Blumen. Das heißt, hier ist ein... Hä? Was für, äh, was für'n das jetzt? Willst du, suchst du Stress? Hey! Na, hör mal! Hä? Ja, äh, good game, ne? Das war ja richtig eine sehr... Eine sehr gute Investion. Oh, ja, ja, ich bin so gut. G-U-H-T. Ich bin so gut. G-U-H-T. Krass, 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 krass. Wie die mich angucken, Alter. Boah, cool, hallo. Na, hier, naja. Ist das hier warm oder kalt, Miete? Weil sehr geräumig ist es ja nicht gerade. Aber, also, an der Innereinrichtung würde ich auch noch ein bisschen was ändern. Ah, du bist schon ziemlich hot, muss ich ernsthaft sagen. Was? Na, hä, wollen wir kommen? Ja, ach komm. Ich dachte, wofür ist denn die Schutzzeit da, wenn ich jetzt schon... Ja, ich bin schon ziemlich hot heute, deswegen. Es liegt halt eben daran. Also, wenn ich daran jetzt verreckt, das ist wirklich, das ist dann... Good game. Nein, ich sterbe jetzt nicht daran, oder? Nee, oder? Cool. Ich bin gerade am Feuer gestorben. Oh, meine Leiche ist gleich mit verbrannt. Sehr realistisch dargestellt, der Modus. Sehr gut. Finde ich auch. Ja, deswegen spiele ich den Modus sehr gern. Oh, yo, ha. Aber, ey, Moment mal. Wieso hört der jetzt schon auf zu brennen und ich verreck vorhin? Alter, das ist doch hier eine einzige Verschwörung gegen mich. Aber Flau ist trotzdem schlecht, so viel kann ich sagen. Ey, mir fällt gerade sogar ein, ich weiß noch, wo das Secret hier auf der Map ist. Ey! Oh! Okay, den schnappen wir uns. So, ein... Tja. Das war ja richtig easy. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da an. Sonst sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Kommentiert irgendeinen Mist, den ich mir dann durchlesen kann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute! Leute!